Diesem riesigen Schrottplatz? Voller Trümmer von beiden Kriegsparteien? Wie soll ich diese... ...Frage beantworten? Ehrlich? Ich bin ziemlich sicher, das ist eine Sackgasse. Äh, sicher? Ah, na also, hier geht's lang. Kommt schon! Woher willst du das wissen? Vertrau mir, okay? Hey, Groot, meinst du, wir finden hier drin Teile des Trionsplitters? Ich bin Groot. Hast du noch nie vom Trionsplitter gehört? Eine Pyramide des puren Bösen, die alles verdirbt, was in Kontakt mit dir kommt. Ich bin Groot. Woher wusstest du das mit der Sackgasse? Weil ich im Gegensatz zu dir einen guten Orientierungssinn habe. Mir geht's gut! Mir geht's gut! Hab ich euch Angst eingejagt? Nein. Ach, du warst besorgt. Wie süß von dir! Ich bin Groot. Nacht, seid still! Alle beide! Nur zur Klärung, Nager. Worauf besteht diese Roma? Vorsicht, Will! Alles gut, schon okay. Aber seid vorsichtig, Leute. Dieser Schlott ist nicht so stabil wie gewünscht. Nimm das, Morsches Zeug! Ach, ich hasse diese schiffsfressenden Parasiten. Diese Flaker würden sich in zwei Zyklen durch die ganze Milano beißen. Optimale Distanz für Klopfer direkt voraus. Ich bin Groot. Genau vor uns, in dem riesigen Loch, wo früher das Cockpit dieses Schiffs war. Das ist heftig. Ich bin Groot. Äh, ja. Versuch nicht dran zu denken. Man sollte sich nicht fragen, was denen... Ha! Großartig! Das hätte ich aufnehmen sollen. Mach ne Brücke, Groot. Ich will sehen, ob er noch lebt. Ich bin Groot. Ich weiß nicht, aber er zuckt noch. Verflagt noch mal, Quill. Alles okay da unten? Ja. Ja, ich dachte nur... Da wär ne Abkürzung. Abkürzung, klar. Geht ohne mich weiter. Ich komm nach. Okay, da ist ein Nova Corps Raketenschacht direkt auf der anderen Seite. Da treffen wir uns. Raketenschacht in Gelb und Blau, verstanden. Hier! Okay. Durch ein altes Gruselschiff. Keine große Sache. Ganz ruhig, Quill. Ich bin sicher, dich wird schon nichts anspringen. Außer vielleicht ich und Groot. Es ist schön, wieder körperlich zu arbeiten. Schwer zu glauben, dass du mein Bauer warst. Ich war ein Krieger, aber fett dabei kann so befriedigend sein wie eine Schacht. Nee, ich bin Groot. Bist du wieder irgendwo reingefallen, Quill? Ich, äh... Mach ne Auswertung. Wenn nichts mehr geht, schieß auf was. Quill, machst du das? Ich hab auf was geschossen. Wie du gesagt hast. Der Weg ist frei. Siehst du? Klappt eben... Oh, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht. Oh, hey Kleiner. Wow, was zum Flark? Bist du tot, Quill? Wir hören dein Mädchen gekreischt sogar ohne Punkt. Ich hab zu tun. Mach's gut, Kleiner! Bist! Das ist Betrug! Das hättet ihr sehen müssen. Es war so ein komisches... Block-Ding. Darauf falle ich nicht noch mal rein. Ihm geht's gut! Tut mir leid, dass deine Blase geplatzt ist! Das Ding wackelt total! Ah! Hüb mich schreit! Hau im Gegner! Nieder einer am Rumpf! Quill, schieb dein fette Mensch der Hintern in die Höhe! Hey! Mein Hintern ist nicht fett! Nicht aus! Auch Apfel! Ist alles okay da drüben? Quill wurde beinahe von... ...nen Block gefressen oder so. Hättest du ihn kreischen hören sollen? Du musst mit Würde kämpfen, Peter Quill! Oder wenigstens damit sterben! Nicht lustig! Vorsicht! Ich wurde beim Aufstellen eines Stopfers von Kreaturen angegriffen! Ha! Dann funktioniert es! Wie haben sie ausgesehen? Eine Kugel mit Okular ausmüchsen! Wir halten die... ...Augen offen! Verstehst du? Verstehst du? Ha! 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 Hier! Ha! Nicht vergessen! Die Flop verwandten gar nicht, wenn sie am falschen Ort stehen! Quill, wir haben viel auf den Geheimnis-Monster-Tipp deiner Freundin gesetzt. Hoffentlich hat sie auch recht. Ich bin gut. Als ob du wüsstest, was ein ehrliches Gesicht ist. Ich bin gut. Ja, sie roch ganz schön nach Blumen. Allerdings zu stark. Wahrscheinlich, um Star-Groupie zu verführen. Ich bin gut. Heilige Mistmutter! Senta! Ich bin gut! Ja, ich bin gut! Soll das ein Witz sein? Es schmeckt, das war zu knapp. Bist du okay, Groot? Quill? Alles gut, aber springen geht nicht. Du musst nicht springen. Auf dieser Seite ist ein stabiler Stützträger. Groot soll eine Brücke wachsen lassen. Trag ihn einfach nicht. Für mich macht er das ständig. Ich bin gut. Okay, Groot, dann mach mal das coole Ding mit dem... Ich bin Groot! Das ist mal echt ein starker Party-Track, Großer. Ich bin... Eklig, noch mehr Schiffsfresser. Ach, sie sind überall. Weißt du was? Machen wir es in Triss... Das ist eklig, Rocket. 50 Units, dass ich mehr Parasiten erwische als du. Was macht die Anzeigetafel in meinem Visum?